Musik 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 Mein Name, den weiten Landen, wohl bekannt, Lupus, der vielgereiste. Einmal hier lang, einmal da lang, einmal dort lang und zurück können auf das Hauch. Macht euch keine Gedanken, ich kriege das hin, dass das noch bescheuerter aussieht. Ha! Jetzt, jetzt der Axel! Aber was rede ich da? Für euch der doppelte Axel! Wollt ihr sieben Bälle sehen? Ja! Na, Patentchen auf! Sieben Bälle! Oh! Was? Ja, ja! Ist klar! Das sind sechs! Nein, das sind fünf! Ich weiß selber, ist das nur 15? Glaubt ihr, ich bin bescheuert? Warte! Es geht gleich los! Konzentration! Sieben Bälle! Jetzt! Das ist ja eigentlich mal was! Ihr Kinder, ihr habt aufgepasst! Das waren natürlich nur fünf! Die Großen, die sehen da manchmal sieben! Aber passt auf, die fünf! Der eine von gerade eben sind sechs! Und noch einer! Sieben Bälle! Die Kinder, die klauen hier alles, ehrlich! Hey! Boah! Boah! Hier! 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 Werde ich nun die letzte Kriege in meinem Kopf fangen! Nein! Finale! Ja! Und auf das raus! Ja! Hey! Lücke deine Beine her! Und über die Schwarze! Ich bin Gaukler, ich bin Gaukler von ganzem Herzen. Und heute hier, oh Gott, und wie ihr wisst, auch wir Gaukler leben nicht von Luft und Liebe. Und bis euch ein klein wenig Freude hat bereitet, könnt ihr mich gerne auf meinen Wegen mit einer Kleinigkeit unterstützen. Und ich hoffe, dass eure Silberlinge locker sind. Ja, das ist mein Essbesteck. Da habe ich einmal einen Dorn zum Aufspießen und einmal ein Messer zum Schneiden. Damit wird gegessen. Außerdem habe ich hier natürlich noch meinen Krug, ganz wichtig, und meinen Löffel. Zum Beispiel habe ich hier auch noch ein Schlageisen drin mit Feuerstein. Ein bisschen Zünder kannst du damit Feuer machen. Und eine Wachstafel zum Schreiben, falls man mal aufschreiben muss. Hier, Rita Berndt schuldet mir noch drei Taler. Vielen Dank.